Willkommen zu Rocket League mit dem Blades LP, er nimmt das nebenbei auch auf. Hallo von meiner Seite. Ein Blades LP. Du fährst, ne? Wieder ein Ründchen. Rocket League, deine zweite Folge auf dem Kanal. Es läuft tatsächlich flüssig. Was gut ist, ne? Jetzt muss ich nicht darauf achten, ob das Spiel so laut ist. Richtig. Nein, scheiße. Nein, scheiße. Verkackt. Nein, du musst schon darauf achten, weil meine Stimme mit drin ist. Oh mein Gott, Gott. Ah Gott, okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen nachgelenkt, weil ich was gesagt habe. Oh Mann. So. Oh, gut, den habe ich. Was? Ach. Scheiße. Der war nicht so gut. Ich habe ihn. Rache. Danke, Alex. Du hast mich geracht. Er fühlt echt, er fühlt echt, er fühlt echt, so ein Bitte oder so. Oh, lol, Alter. Ich habe mich fast verschätzt, ne? Was? Nein. Lol. Do your best, Sonic. Nein. Nein. Der war auf ein Tor gegangen, da war niemand. Da war der eine drin. Hä? Der, der stand da drin. Okay, den habe ich irgendwie nicht gesehen. Der stand nicht da drin. Und ich dachte, ich habe jetzt nicht... Der stand nicht da drin. Ich habe mich ausgeschrückt. Es steht nicht da drin. Boah. Alter, der, der. Das kriege ich so wieder. Das ist eine Schoko. Ich habe keinen Boost mehr. Ich habe keinen Boost mehr. Nee, 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 nee. Okay. Ich habe Boost. Okay, konzentriert. Okay. Ein sehr spannendes Match. Aber in der Aufnahme wird man wahrscheinlich sehr stark meinen Controller an, wie ich den am rumklicken bin. Boah, ey. Ich sagte, ich habe vielleicht eine Zerstörung hier. Nein. Sprengung in einem Game. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, aber leicht ist... Schön. Okay, dann übernimm's zu halt. Ist okay. Ich lasse ihn dir gerne. Kein Gegen. Alles gut, Alex. Das ist... Ach, alles. Ach, nein. Alles gut, mach ruhig. Ich gelenk ja schon weg. Das ist ja nur für dich, oder? Oh, ja. Und ich glaube, ihr hasst mich, weil die so oft gesprengt hat. Ich glaube, zweimal den ein und einmal den im Tor gerade. Ich wollte ja eigentlich gerade auch einmal am Anfang sprengen. Aber das hat dann nicht geklappt. Ich war zu langsam. Oh, shit. Ich glaube, der hatte dann... Der hat dann... Voll die Panik geschoben. Oh, nee. Das war nicht gut. Oh, man. Scheiße. Okay. Oh, da ist der Depp jetzt. Okay. Ach ja, dieser Dämon da, ne? Ja, man, Alter. Ein Dämon. Komm. Komm, das kriegen wir jetzt hin. Ah ja, das passt schon. La la la. Äh. Oh, Sniper. Oh, mein Gott. Ach du Scheiße. Der Ball hat den einfach rein mit Sniper. Oh, nett. Der hat doch nicht mehr den Boden berührt. Du fährst. Was? Was? Was wär' wo? Wie so'n Meteori. Junge, Alter. Da war'n Flammen zu sehen. Okay. Da komm' ich nicht hin. Oh, shit. Nein! Karre zu flach! Scheiße, das wollte ich nicht, aber da war ja gottseidang ein Jan, das war alles geplant. Oh fuck. Scheiße. Oh man, das war dämlich von uns. Das war richtig dämlich, scheiße. Oh man. Wir haben nicht gesagt, dass wir Profis sind. Ja. Oh man. Ich habe nichts versprochen. Aua. Okay, das ist die Rache. Das habe ich echt verdient. Ich würde das auch tun, wenn das jemand immer machen würde, was ich denen angetan habe, ehrlich gesagt. So, okay. Nein! Ey, komm. Mein Gott, ich schieße dreimal drauf und treffe mich. Ich habe zweimal die Latte. Ja! Ich wollte gerade sagen, Alter, ich schieße zweimal gegen die Latte. Und einmal zur Seite. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, aber ich habe da noch hingekriegt. Es steht zwei Nanometer vom Tor und trifft das Tor trotzdem nicht. Zwei Nanometer? Weißt du, wie kleiner das ist? Boah, alter! Okay, okay, der will das wissen. Okay, der will jetzt echt ra... Will der Stress anfangen? Weil ich das oft gesprengt habe. Mit MC Escort. Nein! 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 Nichts, nein. Nein! Nein! Nein!er Mann! Und wenn wir ein Tor schießen, schießen die auch ein Tor. I need aonnontor! Nein! klappt schon irgendwie man muss immer motivierter rangehen ich bin motiviert as fuck der hasst uns der will Rache der will jetzt richtig Rache schön ich muss mal das fliegen noch so ein bisschen perfekt nein ja ich spreng den einfach der muss so abgefuckt sein ich glaube ich auch ich glaube niemand wird uns jetzt noch ein Leben gönnen oh der Jan der hat aber ordentlich drauf da ne richtig spasti-basti hier ja mach du mach die bach die kack die falsch steht scheiße glücklicherweise stehe ich im Tor ja das war eh klar dass er den wieder nimmt aua boah der will aber auch sprengen jetzt ne er hat hier echt die Wut grade der will deine Liebe Alex so macht man das ja und tschau ja 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 das war der auch okay ich glaube Jan ist echt außer Gefecht gerade. Nein, bin ich nicht. Ah, er ist wieder da. Was hast du mit außer Gefecht? Wir kriegen die ja außer Gefecht. Ich spreng den einfach ein. Dieser Dino Tiny da. Dino Joshi. Ja. Oh, der wollte mich sprengen, aber er hat keinen Schmack gesnappel gehabt. Nein. Er hat mir den weg genommen, Alexis liegt jetzt nur an dir. Oh, er hat eine Vorlage gegeben, aber ich bin nicht da. Vielleicht wird es ja ein Eigentor. Und es wird ein Eigentor. Nein, es wird ein Eigentor. Ja, das ist schon mies. Ich muss doch nicht, ob du denn was machen um Toren zu tun. Mach es schon freiwillig. Das ist schon mies. Ich hab, also ich sag dir, ne, ob der das sieht, ne, also derjenige, mit dem wir spielen, das sieht, ne, ich glaub, der hatet mich, ey. Ja, für die Mannschaft, Alex. Perfekt. So will ich das sehen. Ich bin noch momentan in der Eingewöhnungsphase, es ist zu flüssig. Es ist viel zu flüssig. Ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, dass es gelackt wird. Ja. Oh nein. Obwohl das auch wirklich keine Ausrede war, das war auch wirklich so. Also es war nicht, also gelackt hat es schon, aber es war nicht so, okay, das war die Raffe. Ich hab ihn aber bekommen, den Ball. Oh man, oh man, oh man. Oh man 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 Die liegt aber aus. Die liegt aber aus. Ein Satz mit X war wohl nichts. Ey. Sorry. Was soll das denn hier. Was soll das denn hier. Bam! Ja meint, oh man. Unter einig ist raus. Oh. Ich hab' mal kochen. KonŽ wir machen. Ich hab' vergessen Boost zu drücken. Also eigentlich ist es ja normal so, wenn man springt. Und irgendwie muss es zurück jetzt halt, ne, aber war doch gar nicht. Warte halt. Leck. Immer wenn die mal betritt, leck. Ich hab selbst ausgespielt. Okay. Das war... Du hast dich ausgespielt, mich ausgespielt. Alles ausgespielt, was da so auszuspielen war. Ich hab selbst die Wand ausgespielt. Weißer hält die alle. Oh, ne, da komm ich nicht hin so schnell. Oh, du, das war aber echt... Komm, tu mal mal ein auf nett, ne. Als ob sich's gewesen will. Heilige Makrele. Heilige Makrele. Ich hab mal einfach Maus. Aufs Nettigkeit. Dresduuuu. Wuuu. 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 Zillzillzill. Ich kick dir den Torz weg. Oh, ich schieß den Typen weg. Kein Turbo. Aua. Die Woche liegen Vollpro-Profis, ne. Ja, ne. Was denn? Der Sarkasmus dahinter. Ich hab leider nicht ganz so gehört. Ich bin hier grad im Zweikampf. Oh, Alex. Nur der eine. Oh, Mann. Dammit. Ich hol' ihn. Ich weiß, ich versteh's auch manchmal nicht so. Weiß, ich spring so nach vorne und versuch's zur Seite zu springen. Und Voll-Profis rein. Irgendwas mach ich falsch noch. Alter, nimmst du irgendwie Waldo Boost weg? Kann das irgendwie possible sein? Ich hab' mich jetzt... Alex, pass auf. Nein. Ne, 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 ne. Ja, ey, du hast da unten gewonnen. War doch wunderschön, die Runde. So, aber das war's jetzt, ne? Jo, kann ich auch mal sagen. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lassen würdet. Schaut auch mal bei den Blaze LP vorbei. Wird euch jetzt hier verlinkt oder unten in der Beschreibung. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Yeah. Ciao. Tschüss.